Meine Damen und Herren, wir verlassen jetzt Bachen mit 21.321 Einwohnern. Wir bleiben wieder nach, einen kleinen Moment. Die U30 durch das Ziel war, liegt die Mühle, 62 Meter. Und stehen zwei Fließrechte zur Verfügung. Wir fahren das erste Stück in Richtung Hamburg und später nach der Wiese. So, schaut schon mal in die Getränke- und Speisekarte rein. Die Kollegen kommen vorbei. Damit sie nicht an jeden Tisch 20.000 Plastik kaputt rasseln muss, könnt ihr ja schon mal reinschauen und heute eine Bestellung loswerden. Jungs, wir würden die Mädels mit Pübelhünchen, das Kribbelchen am Maufen, die Pumptübelchen haben. Noch eine Info, mitgebrachte Speise und Getränke werden an Bord nicht verzehrt, denn wir haben Gastronomie. Und dieser Kanal wird jetzt die Mühle zu machen, wo wir sehen, Nr. 2, können wir sehen, Nr. 3, auf den wir werden drehen und dieser Kanal zurückfahren. Und meine Damen und Herren, wir müssen euch noch mal auf die Mühle schauen, damit ihr die Getränke fassen könnt und euch zurück nach Wagen. Ich wünsche euch angenehme Aufzeichnen. Genießt die Fahrt. Und noch zwei Hinweise. Einmal für die Raucher. Wir wollen euch die Objekte anschauen. Habt ihr ja fest, dass ich dabei bin. Das ist aber schön für mich. Wir sind hier in Pübelchen. Wir wollen euch die Fahrt gerne ein Felsack. Was zweifeln. Wenn ihr mal auf die Mühle schauen möchtet, auf den Weg, wo genau unter den Direkten bleiben. Also die Segel hochgelegt. Die zum Außen führen. Und gleich oberhalb seht ihr eine Kälte. Und dann sind übelte Bäume. Also ich habe euch gesagt, in der Kirche ist es die Kirche. Und weil es ist, dann gehe ich euch in der zweiten Schöne Weich mit euch dahin. Und stellt euch das schon. P-p-p-p-pick das Tor. Da vorne schauen, alle Gäste, die umsetzen, haben die Möglichkeit. Allerdings bitte. Fischart, seheart, roter, schwarzer, mit blaren... Geradchen! Habt ihr alles schön! Wir sind ein bisschen ganz schön! Wir sind ein bisschen süß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020